Der schwarze Unhold. Inzwischen gingen in England große Veränderungen vor sich. Denn König Heinrich starb und der berühmte tapfere Richard Löwenherz stieg auf den Thron. Aber das Leben in Sherwood Forest wurde davon nicht berührt. Robin Hood und seine Freunde gingen wie immer ungestört auf die Jagd, veranstalteten Wettkämpfe untereinander und vertrieben sich die langen Abende mit Allans Harfenmusik und Liedern. Wieder einmal brach ein klarer Sommermorgen an, und das Gezwitscher der Vögel weckte Robin Hood und seine Gefährten. Sie standen auf, aßen ihr Frühstück, und dann ging jeder seinem Tagwerk nach. Robin Hood sagte zu Little John, »Wie wär's, wenn wir wieder einmal ausziehen würden, um ein Abenteuer zu suchen? Jeder für sich allein natürlich.« Damit war Little John einverstanden. Sie brachen auf und wanderten zusammen durch den Wald, bis der Weg sich teilte. »Geh du nach rechts, Robin, und ich geh nach links,« schlug Little John vor. »Dann spaziert jeder seiner Nase nach, bis ihm irgendetwas begegnet.« »Gut, aber gib Acht, dass du nicht in Gefahr gerätst, Little John,« antwortete Robin. »Du bist gerade der Richtige, um solche Ratschläge zu geben,« lachte Little John. »Passt du nur auf dich selber auf.« Sie schüttelten einander die Hand und trennten sich. Robin Hood erreichte nach einer Weile einen breiten Waldweg, über dem sich die Äste der Bäume wie ein grüner Baldach hinwölbten. Hier und da drang die Sonne durch das dichte Blattwerk und warf goldene Kringel auf den weichen, feuchten Waldboden. Die Vögel sangen, Farne und Waldkräuter dufteten. Alles war still und friedlich. Robin Hood schritt kräftig aus und ahnte nicht, dass er an diesem schönen Ort das schlimmste Abenteuer bestehen musste, das ihm in seinem ganzen Leben begegnen sollte. Plötzlich sah Robin unter einem Baum einen Mann sitzen und hielt verwundert inne. Der Fremde hatte Robin nicht näher kommen hören, und so betrachtete Robin ihn aufmerksam, ehe er weiterging, denn er hatte noch niemals solch eine eigenartige Gestalt gesehen. Der Fremde trug Kleidung aus haarigem Pferdefell. Seine Hose und sein Wams waren aus Pferdefell. Eine haarige Kapuze, an der Ohren aus Fell hochstanden, verbargen sein Gesicht und seinen Kopf. Er sah fürchterlich und furchterregend aus und war mit Köcher und Bogenschwert und Dolch bewaffnet. Robin ging auf ihn zu und sprach ihn an. »Hallo, Fremder, wer bist du denn?« »Wenn ich ein schlechtes Gewissen hätte, würde ich denken, du seist ein Wesen aus der Unterwelt und mich vor dir fürchten. Solch ein Gewand habe ich noch nie gesehen.« Der Fremde schob wortlos die Kapuze zurück. Seine Stirn war niedrig, seine schwarzen Augen glänzten bösartig. Ein grausamer Zug lag um seinen schmalen, verkniffenen Mund. Sein ganzes Gesicht wirkte verschlagen und heimtückisch. Er musterte Robin finster und antwortete mit eisiger Stimme. »Und wer bist du, Kerl?« »Nicht so grob, Bruder«, antwortete Robin freundlich. »Oder hast du heute Brennnesseln und Essig zum Frühstück gehabt, dass deine Rede so stechend ist?« »Wenn dir meine Worte nicht gefallen, dann schau zu, dass du weiterkommst, denn ich handele genauso, wie ich rede«, entgegnete der Fremde so grob wie vorher. »Aber deine Worte gefallen, mir guter Freund«, behauptete Robin und setzte sich vor dem Fremden ins Gras. »Ich höre gerne zu, wenn jemand so freundlich und witzig redet.« Der Fremde antwortete nicht und sah Robin nur stumm und drohend an, als wollte er ihm jeden Augenblick an die Kehle springen. Robin erwiderte den verächtlichen Blick mit großen, unschuldig blauen Augen und einem harmlosen Gesicht. Er beherrschte sich so gut, dass nicht einmal seine Mundwinkel zuckten. So starrten sie einander lange an, bis der Fremde ihn plötzlich anfuhr. »Wie heißt du?« »Bin ich froh, dass ich deine Stimme wieder höre«, rief Robin aus und lächelte. »Ich fürchtete schon, mein Anblick hätte dir die Sprache verschlagen.« »Was meinen Namen angeht, nun, eigentlich solltest du mir zuerst sagen, wie du heißt, denn du bist hier der Fremde, nicht ich. Und sag mir bitte, guter Freund, warum trägt solch ein hübscher Bursche wie du solch ein hässliches Gewand?« Der Fremde stieß ein kurzes, hartes Lachen aus. »Du bist ein kühner Karl, der es wagt, so mit mir zu reden.« »Vor zwei Tagen habe ich in Nottingham einen Mann für weniger Worte getötet.« »Ich weiß nicht, warum ich es nicht mit dir genauso mache und dich stattdessen da sitzen und schwatzen lasse. »Ich trage das Gewand, weil es warm ist, du Dummkopf. Außerdem hält es Pfeile genauso gut ab wie ein Kettenhemd. Meinen Namen kennst du vielleicht schon. Ich bin Guy von Gisborne und hause im Wald von Herefordshire. Ich bin geächtet und verschaffe mir das, was ich zum Leben brauche, wie ich kann. Der Bischof von Hereford hat mich zu sich gerufen und mir erklärt, dass ich begnadigt werde und obendrein zweihundert Pfund bekomme, wenn ich dem Sheriff von Nottingham einen Gefallen tue. Ich bin sofort nach Nottingham marschiert. Und was meinst du, was der Sheriff von mir will? Ich soll ihm Robin Hood, tot oder lebendig bringen. Hier findet der Sheriff weit und breit niemand, der das für ihn tun will. Deshalb musste er mich bis aus Herefordshire holen lassen. Ich tue ihm gerne den Gefallen. Ich würde meinen eigenen Bruder für die Hälfte umbringen. Robin Hood hörte schweigend zu. Er hatte den Namen Guy von Gisborne schon oft gehört und wusste, welche Untaten er in Herefordshire begangen hatte. Guy von Gisborne begnügte sich nicht damit, das zu stehlen, was er unbedingt brauchte, um im Wald leben zu können. Er plünderte und mordete zum Zeitvertreib, zündete den Armen das Haus über dem Kopf an und er schlug sie um ein paar Pfennige. Die armen Leute zitterten vor ihm. Die Reichen zogen nur mit schwer bewaffnetem Gefolge durch den Wald von Herefordshire. Und an sie wagte Guy von Gisborne sich wohlweislich nicht heran. Er hauste ganz allein im Wald. Nicht einmal die schlimmsten Diebe wollten etwas mit diesem Unheu zu tun haben. Robin Hood packte der Zorn bei dem bloßen Gedanken, dass solch ein Räuber und Mörder durch seinen friedlichen Sherwood Forest lief. Aber er zeigte das nicht, denn er hatte schon einen Plan. Deshalb antwortete er ruhig, »Ja, ich habe schon von dir gehört. Ich glaube, Robin Hood würde niemand lieber begegnen als dir.« Wieder stieß Guy von Gisborne ein kurzes Lachen aus, bei dem man eine Gänsehaut bekommen konnte. »Das wird ein schlechter Tag für Robin Hood, denn dann muss er sterben.« »Und wenn Robin dich besiegt, er soll der stärkste Mann weit und breit sein«, meinte Robin. »Vielleicht ist er wirklich der stärkste Mann weit und breit, aber das wird ihm nichts nutzen, denn er ist ein weichherziger Dummkopf, der kein Blut vergessen will. Ich habe gehört, er hat noch nie im Leben mit Absicht einen Menschen umgebracht. Und damals, als er ein junger Bursche war, den Jäger nur aus Versehen im Zorn erschossen. Sowas nennt sich ein Geächteter. »Ich habe auch gehört, dass er ein guter Bogenschütze ist. Ich kann genauso gut schießen«, versicherte Guy von Gisborne großspurig. »Das stimmt, er ist ein guter Schütze«, bestätigte Robin. »Aber alle Männer aus Nottinghamshire sind berühmt für ihre Schießkunst. Sogar ich würde es wagen, mich mit dir zu messen, und ich verstehe nicht viel davon.« »Du wachst es, dich mit mir zu messen«, sagte Guy von Gisborne grimmig und verächtlich. »Ich sollte dir für deine kühnen Worte ohne Umstände den Schädel einschlagen. Aber das kann ich nachher auch noch tun. Häng eine Zielscheibe auf, und wir schießen um die Wette.« »In Nottinghamshire schießen nur kleine Buben auf Zielscheiben«, antwortete Robin Hood und stand auf. »Männer schießen auf andere Ziele.« Robin schnitt einen daumendicken Haselzweig ab, schälte die Rinde herunter und steckte ihn achtzig Schritte weiter in den Boden. Dann kam er zurück zu Guy von Gisborne und sagte, »Wenn du den Zweig triffst, bist du ein guter Bogenschütze.« »Nicht einmal der Teufel selber könnte solch ein Ziel treffen«, schrie Guy von Gisborne und sprang auf. »Vielleicht kann er's, vielleicht auch nicht«, sagte Robin gelassen. »Das werden wir gleich sehen, wenn du geschossen hast.« Guy von Gisborne runzelte die Stirn und blickte böse drein. Robin machte noch immer ein ganz harmloses Gesicht, als wüsste er nicht, dass seine Worte herausfordernd waren. Guy von Gisborne spannte stumm seinen Bogen, zielte und schoss um zwei oder drei Handbreiten daneben. Beim zweiten Mal flog der Pfeil noch weiter an dem Haselzweig vorbei. Robin schlug sich vor Vergnügen auf die Schenkel und lachte. »Du hast recht gehabt. Nicht einmal der Teufel selber kann dieses Ziel treffen.« »Das ist dein Pech. Wenn du mit dem Schwert nicht besser umgehen kannst als mit Pfeil und Bogen, dann besiegst du Robin Hood niemals.« »Ich werde dir dein loses Mundwerk gleich stopfen«, drohte Guy von Gisborne. Robin Hood spannte seinen Bogen und schoss schnell zweimal hintereinander. Der erste Pfeil traf die Spitze des Haselzweiges und prallte daran ab. Der zweite Pfeil spaltete ihn.